Das Möbius-Corp hat eine Kampfstation auf dieser Plattform errichtet. Und wir müssen sie Sektor für Sektor auseinandernehmen. Ich habe Xelnaga-Artefakte auf diese Trucks verladen. Damit können wir ihren Apparaten den Stecker ziehen. Bringt sie in Stellung, bevor es zu spät ist. BBS einsatzbereit. Ihr findet den Sektor nördlich eurer Position. Bringt euren Truck mit den Artefakten zu diesem Konstrukt. Dann wird es deaktiviert. Versprochen. BBS bereit. Warten. Durchsucht. Nicht in. BBS einsatzbereit. Jetzt geht's runter. BBS einsatzbereit. Gute Arbeit. Ein Konstrukt weniger, um das wir uns sorgen müssen. Nur zu. Nicht genügend in der Reihe. Boah, Heik. Schlecht in euch. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. BBS einsatzbereit. Die Kampfstation bereitet den Angriff vor. Wir müssen uns beeilen. Ein feindlicher Angriff rollt auf unsere Basis zu. Arschbacken zusammenkneifen. Jetzt bereit. Ganz kaum noch. Bereit machen, Jungs. Abmarsch. Unser Fall ist Terran. Los, gehen wir in Einsatzbereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Worauf soll ich fallern? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Beschützt deinen Truck. Ihr habt es geschafft. Von dem Konstrukt bleiben nur noch Trümmer. Der erste Truck ist in Position. Schnell weg mit euch, bevor alles in Flammen aufgeht. Jawohl. Tja, von dem Sektor ist nix mehr übrig. Jetzt brauchen sie etwas länger, um zu feuern. Im Handumdrehen. Mein Team hat euch neue Trucks zusammengezimmert. Geht Richtung Osten. Dann könnt ihr den Sektor nicht verfehlen. Machen wir uns bereit. Der Feind marschiert auf unsere Basis zu. BBS bereit. Bereit machen, Jungs. Diese Forschungsstationen übertragen ihre Daten, damit woanders weitere Waffen gebaut werden können. Falls ihr Zeit habt, bringt euren Truck dorthin, damit er die Verbindung unterbricht. Wer weiß, wann wir wieder die Chance dazu kriegen. Nicht genügend Mineralien. Ganz kaum noch, Herr Bauch. Jipp-Ka-Boom, Baby. Bin ganz zertal. BBS einsatzbereit. Bereit machen, Jungs. Abmau. Du hast du die Falle stört. Los, schatz, raus. Jetzt geht's los. Los, schatz, raus. Los, schatz, raus. Abmau. Hier komm ich. Los, schatz, raus. Los, gelassen. Abmau. Hier komm ich. Komm. Wir könnten dir etwas Hilfe gebrauchen. Scheint, als hätten Amons Schergen die Position eures Trucks ausgemacht. Stellt euch auf einen Angriff ein. Gut gemacht. Das Konstrukt ist erledigt. Ich bin geguckt, werden angegriffen. Muss ich hier alles alleine machen. Meine Banschie ist in dem Anzug. Abmarsch bereit. Bonus-Ziel erreicht. Eine feindliche Streitmacht nähert sich unserer Basis. Sie muss beseitigt werden. Unsere Verbindungen sind hier angegriffen. BBS bereit. Ich kann digitalen Einheiten des Feindes spüren. Wir brauchen Detektoren. Verzicht wir? Ja. Oh, es geht los. Tod von oben. Wir werden angegriffen. Der Feind ist zu den Koordinaten eures Trucks unterwegs. Haltet die Augen offen. Ja, kann ich nicht bauen. Erweiterung. Fertig. Unsere Verbündeten. Ihr habt es geschafft. Von dem Konstrukt bleiben nur noch Trümmer. Erweiterung. Erweiterung. Fertig gestellt. Ja. 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 Kannst du mal den Truck deines Verbündeten verteidigen? Banshee Luftschlag zu an. Einen Truck hätten wir. Verschwindet aus dem Explosionsbereich und zwar fix. Feindliche Truppen auf dem Weg zu unserer Basis. Bleiben noch zwei Sektoren, die in die Luft gejagt werden müssen. Zwei weitere Trucks warten auf euch. Konzentriert euch mit den Trucks auf den Sektor westlich von hier. Abgeschlossen. Upgrade durchgeführt. Hier komm ich! Unsere Verbündeten werden angeklappt. Diese Forschungsstationen haben gleich nach unserer Ankunft mit der Übertragung der Waffendaten begonnen. Könntet ihr euren Truck dorthin bringen? Die Artefakte werden dann ruckzuck die Verbindung unterbrechen. Unsere Verbündeten werden angeklappt. Schlechte Neuigkeit. Eine Angriffswelle hat es auf euren Truck abgesehen. Der Feind hat es auf deinen Truck abgesehen. Gut gemacht. Das Konstrukt ist erledigt. Sie drehen den Truck deines Verbündeten durch die Mangel. Er ist durchgelassen und entsichert. Hier komm ich! Der Feind ist zu den Koordinaten eures Trucks unterwegs. Haltet die Augen offen. Ein neuer Truck ist bereit. Er ist durchgelassen und er ist durchgelassen und er ist durchgelassen. Los, los, los! Durchgelassen und entsichert! Die Laufung! Er ist durchgelassen und entsichert. Kannst du mal den Truck deines Verbündeten verteidigen? Schlechte Neuigkeit. Eine Angriffswelle hat es auf euren Truck abgesehen. Gute Arbeit. Ein Konstrukt weniger, um das wir uns sorgen müssen. Hier komm ich! Hier ist noch der andere Truck. Bringt euch in Sicherheit. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Hier komm ich! Nicht genügend Energie. Was ist jetzt? Mhm. Abmarsch bereit. Alles demoliert. Wir haben die Aktivierung der Stationswaffen etwas hinausgezögert. Fast schon zu einfach. Ich hab hier Besuch auf dem Weg zu unserer Basis. Und freundlich sehen die nicht gerade aus. Eure beiden Trucks sind da. Der Sektor befindet sich südlich eurer Basis. Worauf soll ich ballern, Sir? Wir können die Hände nicht mehr gebrauchen. Upgrade durchgeführt. Zeit auszurücken. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kannst du mal den Truck deines Verbündeten verteidigen? Gute Arbeit. Ein Konstrukt weniger, um das wir uns sorgen müssen. Luftangeln kommt. Scheint, als hätten Amons Schergen die Position eures Trucks ausgemacht. Stellt euch auf einen Angriff ein. Der Feind hat's auf deinen Truck abgesehen. Jetzt noch der andere Truck. Ach, nein. Durchgeführt. Der Marschrug abgeschlossen. Das Nubius Corps wird diesen Tag verfluchen. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Der Asfer. Das Nubius Corps wird das Nubius versammelt. Untertitelung des ZDF, 2020